Wir wollen über Bildungspolitik sprechen. Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen. Und da freue ich mich gleich auf ein Gespräch mit der ehemaligen Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen, Ute Schäfer. Da gibt es auch natürlich eine interessante Homepage zu erreichen unter www.uteschäfer.de. Klicken Sie sich einmal hinein. Dort alle Informationen über Ute Schäfer Politik mit Herz und Verstand steht oben drüber. Und dann, wie gesagt, zu finden natürlich hier Bilder und alle Informationen. Aktuell ist die Bilanz 2000 bis 2005. Aber natürlich auch noch Pressemitteilung, Kontakt, Links und so weiter. Sie kennen das von den Internetseiten. Wir freuen uns jetzt auf das Gespräch. Ich sage schönen guten Morgen, Ute Schäfer. Guten Morgen, Herr Kielink. Grüße ganz herzlich, Frau Schäfer. Wie verlässlich ist der Unterricht in Nordrhein-Westfalen? Jetzt auch vor dem Hintergrund, dass Sie bzw. die SPD ja nun auch schon über ein Jahr nicht mehr an der Regierung ist. Wie geht es weiter voran in Sachen Bildungspolitik in NRW? Also zur Unterrichtsverlässlichkeit gibt es eine neue Stichprobe, die ja gesagt hat, dass deutlich weniger Unterricht aufgefallen ist. Das ist auch aus Sicht der Opposition natürlich erstmal zu begrüßen. Das kann man jetzt auch nicht umgehend kritisieren. Aber man sollte dann schon auch genau hinschauen, wie solche Zahlen ermittelt worden sind. Und da, sagen wir als Opposition, sind dann doch schon ein paar Dinge, die uns stutzen lassen. Da ist zum Beispiel zum einen die Tatsache, dass es niemals vorher stattgefunden hat, dass eine Stichprobe vorher vom Zeitraum her bekannt gegeben wurde. Und in diesem Fall der Staatssekretär Wienerns diesen Termin im Vorfeld den Lehrerverbänden bekannt gegeben hat. Das hinterfragen wir durchaus schon mal kritisch. Und zum anderen ist allerdings jetzt auch kein Vorwurf an die Lehrerverbände, das will ich ausdrücklich sagen. Aber man muss nicht ohne Not solche Termine bekannt geben. Wenn man dann wirklich eine realistische Stichprobe haben will, eine reelle, dann sollte man das, so wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben, ohne Ankündigung tun. Und der andere Punkt ist natürlich auch der, dass man wirklich fragen muss, wurde der Unterrichtsausfall vor allem durch Programme wie sogenannt EFA, eigenverantwortlichen Unterricht, also Unterricht ohne Lehrer, vermieden. Und auch diese sind Sachen, denen wir einfach nochmal nachgehen wollen. Denn das heißt dann, da sitzen die Schüler der Klasse, haben eine Aufgabe, sind ohne Betreuung und ohne Lehrkraft. Das wird auch nochmal zu hinterfragen sein. Wie beurteilt denn die SPD eigentlich die Bestrebungen der Landesregierung, auch die Bestrebungen des Schulministeriums von Frau Sommer, eben immer weiter neue Lehrer einzustellen? Da war ja im Wahlkampf von 4000 Lehrern die Räder, einige tausend sind schon eingestellt worden. Grundsätzlich ein positives Zeichen, weil das vermeidet ja auch Unterrichtsausfall. Ja, das ist allerdings eine ganz kritische Geschichte. Denn die Landesregierung spricht immer von 4000 Stellen, die sie schaffen will, neuen Lehrerstellen bis zum Jahr 2010. Allerdings haben wir schon zwei Haushalte vorliegen, jetzt den 2006 und 2007er Haushalt. Und da steht klar dokumentiert, dass sie im gleichen Zeitraum 2000 Stellen abbauen werden. Das heißt, unterm Strich bleiben dann von den versprochenen 4000 nur 2000 übrig. Und das finden wir schon eine ziemliche Zahlentrickserei. Das ist für uns die sogenannte Lehrerlüge an der Stelle. Das wird abzuwarten sein, was unterm Strich wirklich 2010 dann dabei rumkommt. Gibt es eigentlich Fächer, bei denen oder in denen mehr Unterricht ausfällt als andere Fächer? Sprich, also gibt es irgendwo bei bestimmten Fächern auch Lehrermangel, dass man sagt, Mensch, wir brauchen einfach viel mehr Mathelehrer zum Beispiel? Also wir wissen schon, in welchen Fächern eklatanter Mangel herrscht. Und das sind mit Sicherheit immer noch Naturwissenschaften. Das sind aber auch einige Fremdsprachen. Und das ist sehr unterschiedlich in den Schulformen. Umso mehr waren wir also verwundert, dass die Landesregierung jetzt kürzlich den sogenannten Mangelfacherlass gestrichen hat. Das heißt also Anreize zu schaffen, für Personen mit Hochschulausbildung sich genau in diesen Mangelfächern auch für die Schulen zu bewerben. Das hat eine große Unruhe auch in den Studienseminaren hervorgerufen. Und das sind natürlich Maßnahmen, die stehen tatsächlich konträr zu dem, was die Landesregierung nach außen verspricht. Ja. Wie stehen Sie eigentlich zu den Bestrebungen, mehr Ganztagsschulen einzuführen? Das ist ein Punkt, den unterstützen Sie uneingeschränkt. Und vielleicht darf ich einfach auch mal sagen, dass in meiner Amtszeit die ganz wirklich hervorragende Grundschuloffensive, Ganztagsgrundschuloffensive gestartet ist mit einem riesen Erfolg. Also wirklich ein tolles Projekt. Und wir sagen auch, man muss es fortsetzen in der Sekundarstufe 1, weil zum Beispiel auch sowieso die Stundentafeln jetzt, denke ich mal an die Schüler und Schülerinnen im Gymnasium, so verdichtet sind, mittlerweile auch durch die Politik der neuen Landesregierung, auch schon in den frühen Jahrgängen, dass man unbedingt am Ganztag auch in allen weiterführenden Schulformen braucht. Und dafür setzen wir uns ein, diese Haushaltsanträge stellen wir auch. Ja, es ist ja ganz klar, und das kennen wir, eine Opposition betrachtet eine Landesregierung natürlich immer kritisch, macht Gegenvorschläge, andere Konzepte werden auf den Plan gerufen und so weiter. Gibt es auch positive Punkte, wo Sie sagen, Mensch, an der Stelle funktioniert es ganz gut, so hätten wir es auch ähnlich gemacht? Ja, an den Stellen, wo die Landesregierung tatsächlich konsequent unsere Politik fortsetzt. Sie hat ja vorher die Ganztagsgrundschulen heftig bekämpft und sie setzt exakt diese Politik fort. Sie setzt die Qualitätsanalyse fort, das heißt die Schulinspektion, die wir eingeführt haben. Es werden die zentralen Prüfungen vorbereitet zur Transparenz der Ergebnisse. Die Landstandserhebungen werden weitergemacht. Das sind alles Dinge aus der Zeit der rot-grünen Landesregierung und die werden konsequent fortgesetzt. Das finde ich richtig ungut. Das kann man also auch deutlich so sagen. Allerdings wird mittlerweile ein Wettbewerbsmoment in die Schulen eingeführt, der also Rankings nahe kommt, die in der Wirtschaft stattfinden. Und da sagen wir halt, wäre es in Anfängen, weil Schulen anders sind als Organisationsformen, als die Wirtschaft. Und da haben wir grundsätzlich eine andere Haltung. Stehen Sie eigentlich in einem Dialog mit der Schulministerin, Barbara Sommer? Regelmäßig im Plenum und im Schulausschuss. Also wir tauschen da unsere Meinungen immer aus. Das heißt, es wird nicht nur gestritten? Es wird in der Regel schon kontrovers diskutiert. Aber zum Beispiel sagen wir auch ganz deutlich, was gut läuft. Ich sage mal, das Krisenmanagement, wirklich dieses entsetzlichen Vorfalls in Städten, das hat also sowohl die Bezirksregierung Münster als auch das Schulministerium vorbildlich gehandelt. Das ist ja eine ganz außerordentlich schwierige Situation. So etwas würdigen wir natürlich auch. Ute Schäfer, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion und ehemalige Schulministerin in Nordrhein-Westfalen. Ich danke Ihnen für das Gespräch heute Morgen. Ich danke Ihnen, Herr Gehlenke. Tschüss, machen Sie es gut. Auch zu diesem Thema interessiert uns natürlich Ihre Meinung. Wenn Sie eine haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail, redaktion.nrw.tv